Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Und ohne große Einleitung, ihr wisst genau, worum es geht. Es geht sich im Groben um die Verschwörungen und es geht sich eigentlich im Kleinen und im ganz Speziellen über die Ermordung des amerikanischen Präsidenten John Fitzgerald Kennedy. Und dazu begrüße ich jetzt in der siebten Folge nunmehr auch schon meinen Bruder aus Belgien, ehemalig aus Hamburg, im Augenblick doch stationiert, den Jörg. Moin Moin. Stationiert ist gut. Glücklicherweise bin ich nicht über den Verein, der stationiert. Ne, ja, herzlich willkommen auch alle Zuhörer und Zuschauer zu diesem inzwischen siebten Teil, was die Bibel über Verschwörungen sagt. Oder besser gesagt, was wir darunter verstehen, was die Bibel darüber sagt und euch deswegen biblisch erklären wollen, dass Verschwörungen etwas sind, was von Anfang an in der Welt sind. Und wenn euch jemand als Verschwörungstheoretiker abtun will, der nur zu faul ist, seine eigene Untersuchung anzustellen. Nun, die Videos ziehen anscheinend ein sehr interessantes Publikum an, um es sich da anzuhören. Und ich habe nämlich heute Nachmittag, heute Abend, eine E-Mail bekommen von einer Aurora Andrea Guilain-Duken, die sagt, dass sie aus Belgien ist und dass ihr Deutsch sehr schlecht ist und fragt, ob wir englische Untertitel dazu machen können. Da war mein erster Gedanke, den Michael zu fragen, sag mal, hast du nicht solche Videos bereits schon mal in Englisch gemacht? Mit diesem oder einem vergleichbaren Thema? Nein, nein. Man kann darüber nachdenken, ob ich vielleicht in Englisch diese Videos mal irgendwann mache. Aber dieses Jahr definitiv nicht mehr. Dafür habe ich einfach viel zu volle Agenda. Gut, dann denkt man darüber nach. Ja, genau. Für unsere Freundin aus Willen. Also gut, dann kann ich der Person halt nur sagen, was ich jedem anderen dazu auch sagen kann, damit derselben Frage jetzt vielleicht ankommt. Und dann müsst ihr die automatische Übersetzungsfunktion der YouTube-Untertitel aktivieren. Die geben euch ja die Möglichkeit, das eventuell in der automatischen, in eine andere Sprache zu übersetzen, was wir hier sagen. Und je deutlicher und je langsamer wir sprechen, desto besser diese Übersetzungen normalerweise auch klappen. Aber eine andere Möglichkeit als das, um es jetzt in Englisch, Französisch, Italienisch oder was auch immer zu sehen, haben wir im Augenblick nicht. Das wollte ich hier nochmal kurz drauf sagen für diejenigen, die sich das fragen, ob das vielleicht auch in einer anderen Sprache geht. Ja, ich freue mich jetzt drauf, um zu sehen, was du hier vorbereitet hast. Während ich mit anderen Projekten beschäftigt bin, beschäftigst du dich hier mit der Verschwörung und auch noch mit Wissenschaft ist die neue Religion und Fernsehen wirklich nur eine Vision. Und bei eh nicht alles, der Mensch, der hat ja drei Leben, glaube ich, mit seinen ganzen drei Agenten, die er daneben fährt. Ich könnte das nicht so auf die Art und Weise. Finde es aber toll, Michael, wie du dich dafür engagierst und bin immer gespannt auf das, was du mitbringst. Und bin vor allen Dingen gespannt, ob ich da tatsächlich noch irgendwas zu, was Sinnvolles zu beitragen kann. Ja, sonst würde ich die Sendung mit dir nicht machen. Sonst könnte ich ja hier selber einfach so pallieren, so wie bei der Serie Television und würde sagen, ach ja, das ist ja alles so Sachen, da brauche ich niemanden für, das kriege ich auch selber hin. Aber hier geht es sich ja um Geschichte, Politik und die Bibel zusammen. Und da ist es natürlich dann ganz toll, wenn vor allen Dingen du jetzt in den nächsten mindestens zwei Folgen sagen wirst, boah, jetzt komme ich mal endlich mal, jetzt kann ich mal und da fällt ihm auch noch was zu ein. Garantiert, das garantiere ich dir. Also fangen wir mal an. Teil 7. Wir waren in der letzten Folge stehen geblieben bei dem Vater von JFK, beim Joseph Kennedy. Und mir fiel da etwas ein von Peter Alexander, der gesagt hat, der Papa wird es schon richten. Und das ist bei dem Kennedy-Familie, also bei dem Kennedy-Clan wollte ich schon sagen, aber eigentlich bei der Kennedy-Familie oder Dynastie eigentlich so, dass also genau Papa im Hintergrund alle Fäden spinnt. Und aufgrund dessen sind wir immer noch nicht bei JFK angelangt, sondern immer noch bei Papa. Und wenn es der Papa nicht reparieren kann, dann kann es keiner. Und das ist eigentlich sehr ziemlich zutreffend. Jetzt kommt ein bisschen Wiederholung von letztens mal, das ist jetzt nochmal der Papa, weil der ist jetzt hier nicht Pantau oder so, weil er einen Zylinder hat, sondern einfach der Joseph P. Kennedy. P. steht für Patrick, ein sicherlich im Irischen sehr, sehr oft vorkommender Name, gell? Der war also ein amerikanischer Geschäftsmann und Diplomat, deswegen grinst sich der Irrny da an einen ab und sagt, er hat mit allen möglichen Geschäften gemacht. Das haben wir ja im letzten Falle ja auch schon kennengelernt. Seine Tochter hat er dann in die Nervenanstalt gebracht und so weiter und so fort. Das hatten wir alle schon, deswegen ist das Wiederholung hier. Nur dann für die Menschen, die vielleicht die letzte Folge gar nicht kennen oder so. Das ist eine lange Reihe hier. Im Augenblick bin ich jetzt schon bei 1000 Seiten. Das heißt, es werden auf jeden Fall, wenn ich jetzt so richtig so im Kopf habe, mindestens 20 Folgen. Und deswegen muss ich jetzt mal hier ganz schnell durchgehen. Der Herr Kennedy hatte auch noch unendlichen Sohn und alles Mögliche und alles Mögliche und war extrem erfolgreich. Wie erfolgreich, sehen wir jetzt gleich. Und zwar, pass mal auf, ich habe da was mitgebracht. Nämlich ein Bibelferst, der gilt für alle Kennedys, interessanterweise. Der gilt für die ganze Menschheit. Also für alle Erfolgreichen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übelns. Nicht das Geld, sondern die Liebe zum. Ja, wie sagte dann die Conny Francis, war es, eine Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie geht von einem zum anderen. Beim Geld ist das genauso. Also Kennedy hat Geld verdient mit Alkoholschmuggel, mit allen möglichen Immobiliengeschäften, mit allen möglichen, wo man halt Geld mit verdienen konnte. Und das auch mithilfe der Unterwelt. Also mithilfe der Mafia eigentlich. Er hat, jetzt geht's los, eigentlich immer Geld und Macht gewollt. Genau, was alle anderen Menschen vor ihm und nach ihm auch haben wollten. Und ich suche jetzt genau den Satz. Fast alle seine Immobiliengeschäfte entwickelte Kennedy über den New Yorker Makler und Immobilientycoon John J. Reynolds ab, der außerdem hauptsächlich damit beschäftigt war, die Immobiliengeschäfte der New Yorker Ärzte-Diozese zu regeln. Und Kennedy von dem mit ihm befreundeten Kardinal Francis Joseph Spellman empfohlen worden war. Das heißt, es gibt Verbindungen ganz früh schon vor bzw. während des Zweiten Weltkrieges zur katholischen Kirche. Moment mal eben. Ja. Ich hatte gerade zu einer Einleitung gesagt, dass es mit den automatischen Untertiteln besser klappt, wenn man nicht ganz so schnell spricht. Ach so, Entschuldigung. Würdest du vielleicht im Sinne unserer ausländischen Freunde, die Deutsch nicht gut verstehen und Titel akzeptieren müssen, die YouTube übersetzt, ein wenig probieren, ein wenig langsamer zu lesen, wenn du so vorliest. Ja, das mag an meiner Jugend liegen, wo ich immer Dieter Thomas Heck mit der Hitparade gesehen habe. Aber okay, ich versuche das mal. Ja, aber das klingt schon viel besser, was du jetzt sagst. Fast alle seine Immobiliengeschäfte wickelte Kennedy über den New Yorker Makler und Immobilientycoon John J. Reynolds ab, der außerdem hauptsächlich damit beschäftigt war, die Immobiliengeschäfte der New Yorker Erzdiözese zu regeln und Kennedy von dem mit ihm befreundeten Kardinal Francis Joseph Spellman empfohlen worden war. Durch die über Reynolds abgeschlossenen Immobiliengeschäfte formierte Kennedy sein Vermögen um schätzungsweise 100 Millionen Dollar. Hier ist die Quelle. Und diese Quelle sagt noch was ganz anderes. Diese Quelle sagt, dass dieser Herr Kennedy zu dem damaligen Zeit 100 Millionen gemacht hat. Jetzt habe ich mir das mal ausgerechnen lassen. Wenn man da jetzt mal von 1950, um mal einen fiktiven Zeitpunkt zu haben, auf 2013 übersetzen lässt, dann kommt diese Kurve dabei raus. Und da sind wir ungefähr bei mehr als das Zehnfache. Okay, da geht's los. So, das heißt, dieser Typ war zu den heutigen Verhältnissen Milliardär. Milliardär! Hier kommt ein Weblink. Da wird gesagt, dass er also sein Vermögen gemacht hat. Und hier steht also drin, das Kennedy-Vermögen ist irgendwo bei 300 Millionen, obwohl manche dann eben sagen, dass es also mehr als 500 Millionen ist. Jetzt kann ich hier nicht sagen, ob das jetzt auf die damalige heutige Zeit. Auf jeden Fall, das ist interessant, die vertraulichen oder die belastbaren Zahlen, die weisen ihn aus unter den 20 reichsten Menschen im Land. Das heißt, enough so that he confidently numbers. Das heißt, genügend Wohlstand, so dass er sicherlich unter den ersten 20 reichsten Männern im Lande zu zählen ist. So heißt das übersetzen. Ja, und das heißt für mich letzten Endes nichts anderes, dass dieser Mensch eine ganze Menge Einfluss gehabt hat, weil er eben so reich war. Und weil er eben in der Politik gewesen ist. Jetzt kommen wir genau zu dieser Geschichte. Im Wahlkampf für Roosevelt, dem jeweiligen Präsidenten. Gegen, und jetzt ist es interessant, gegen den katholischen Alfred-Ismus. Auf der einen Seite hat er dann mit dem Francis Spellman zu tun und auf der anderen Seite macht er also Wahlkampf gegen den katholischen Kandidaten. Wer ist denn jetzt dieser Alfred-Ismus? Ich will ihm jetzt nicht zu viel Platz hier geben, aber zum Grundverständnis, das war der erste katholische Kandidat, der eben Präsident der Vereinigten Staaten werden wollte. Wollen ja viele. Schwarzenegger wollte auch. Aber wie gesagt, er war der erste katholische Kandidat. Wir reden in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, 1928. Das war die Zeit ungefähr kurz bevor der Vatikan wieder zu Ruhm und Ehren und Staat und Geld gekommen ist, zumindest offiziell, durch Mussolini, 1929. So, dieser Herr Smith hatte, und jetzt geht es los, auch irische Vorfahren. Der war natürlich katholisch getauft und identifiziert sich vor allem als irische Abstammung, von irischer Abstammung. Das heißt, ein Ire kommt selten allein. Eine ganze Menge Iren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hier mal ein Bild als Gouverneur von New York. 1918 ist er zum Gouverneur gewählt worden und war der erste irisch-amerikaner, der diesen Posten in einem amerikanischen Bundesstaat bekleidete. Das wollte ich mal sagen, ganz wichtig. Und jetzt kommt hier ein kleiner Einschub. Wieder mal einer meiner Lieblingsprotagonisten, Beispiele, Edward Bernays, der Mensch, der immer die Propaganda geschrieben hat, der hat eine ganze Menge gemacht. Der hat dieses Buch Propaganda 1927, 1928 geschrieben, genau zu dem Zeitpunkt, wo der Herr Alfred A. Smith dann Präsident werden wollte. Und jetzt guckt mal, was da steht. Also jetzt nicht hier mit der Fluorisierung des Trinkwassers. Das ist jetzt nicht so wichtig. Er hat also für die Zahnärzte Werbung gemacht. Er hat für alles mögliche Werbung gemacht. Und er hatte einen Einfluss auf Josef Goebbels zu dem Zeitpunkt des Zweiten Weltkrieges im Deutschen Reich, 1933 bis 1945, Reichspropagandaminister. Und Bernays hat gesagt in seiner Autobiografie, dass Josef Goebbels sein Buch Crystalizing Public Opinion benutzt hätte, um antijüdische Propaganda im Nazi-Deutschland zu entwickeln. Okay. Das ist genau diese Geschichte. Und das steht drin in Biografien einer Idee, die Memoiren der Öffentlichkeitsarbeit von Edward L. Bernays. Und das ist genau die Geschichte hier. Und da steht auf der Seite hier, Biografie einer Idee, ein Herrn Karl von Weigand in der Biografie vom Herrn Edward L. Bernays. Der Mann, der erzählt von wegen, dass wir von einer unsichtbaren Schattenregierung beherrscht werden. Und er hat geschrieben über einen Karl von Weigand, das also während des Sommern 1933 und so weiter, einem sonntäglichen Mittagessen, hat er hier geschrieben, dass er eben dann Wind davon bekommen hat, von dem Herrn Wiegand, Karl von Wiegand, also auch Adel, dass der Herr Wiegand ein Buch von ihm gesehen hat, in der Bibliothek von dem Herrn Goebbels. Das ist hier sehr interessant. Goebbels sagte Wiegand, dass er sein Buch Crystalizing Public Opinion benutzt hat als ein Fundament für seine destruktive Kampagne gegen die Juden in Deutschland. Das hat ihn schockiert. Und ich habe also dann gewusst, dass irgendwelche menschlichen Aktivitäten auch für soziale Zwecke oder auch dann halt schlecht benutzt beziehungsweise dann missbraucht werden können für Antisoziale. Und das ist interessant, denn was hat der Herr Karl von Wiegand jetzt damit zu tun? Ja, der Herr Karl von Wiegand, der hat Kombinationen beziehungsweise der hat Verbindungen zum Alfred is Miss. Ich möchte jetzt nicht noch weiter reingehen, sonst haben wir 150 Folgen hier dafür. Aber interessant, interessant, interessant. Und dieser Alfred is Miss, der 1928 gerne hätte wollen würden, Präsident zu werden, der hat dann ins Leben gerufen sozusagen, beziehungsweise man hat für ihn ins Leben gerufen als Anerkennung, dass er das versucht hatte, dieses sogenannte L. Smith-Dinner, wo man letzten Endes dann die Nasen sieht, die sich dann für das Amt des Präsidenten bewerben, also Schauspieler Donald Trump und Schauspielerin Hillary Clinton zusammen mit dem damaligen Erzbischof von New York. Und jetzt ist es die Geschichte, die wiederholt sich jetzt hier alle vier Jahre eigentlich. Traditionell ist es dann eben so, dass das genau seit, wenn ich richtig im Kopf habe, seit 1960 so vonstatten geht. Gut. Und das ist eben so, dass dieser Alfred is Miss hier über Al, nicht über Alfred, sondern L. Smith in dem Buch, von dem Edward Bernays benannt wird. Interessant. Er wäre also dann immer beeindruckt gewesen von der Gradlinigkeit von Al Smith. Und er wäre dann auch in seinem Büroraum gewesen, ein großer Direktionsraum und so weiter, komplett mit Leder und Wandvertefelung und so weiter, in dem großen neuen Empire State Building. Das ist genau da, wo übrigens mal ein Bombenflugzeug, so ein Tragflächenflugzeug reingeknallt ist, ohne dass dieses Empire State Building direkt in Schutt und Asche versunken war. Und wo auch dann King Kong, die weiße, blonde Frau, ihr wisst, wovon ich da rede, das große, neue Empire State Building, wo nämlich der Alfred is Miss, interessanterweise wohl Präsident von, gewesen ist. Also da kann man wieder sehen, jeder kennt ja jeden. Mr. Bernays, ich bin nur der Hausmeister vom Empire State. Sagt er hier unten. Mr. Bernays. Hier geht es sich genau um diesen Al Smith. Und die Neue Zürcher Zeitung hat mal geschrieben in einem Aufsatz, arrogant, exzentrisch oder egozentrisch und elitär, Edward Bernays, der sogenannte Papst der Propaganda, ist im Alter von 102 Jahren in Cambridge gestorben. Der Meister der Manipulation. Politpropaganda. Das ist hier so ein Artikel und interessanterweise der Papst der Propaganda. Fand ich sehr, sehr interessanter Begriff. Und Bernays hat gesagt, wir werden von Personen regiert, deren Namen wir noch nie gehört haben. Und ich denke, das bezieht sich auf die normalen Menschen, die draußen Fernsehen gucken, aber ich glaube nicht, dass es sich auf die Personen bezieht, die gerade diese Sendung hören. Das ist die Meinung von dem Neuen Zürcher Zeitung. Josef Goebbels war übrigens der Propagandaminister, Volksaufklärung und Propaganda. Und wie das mit der Aufklärung so ist, ist das immer eine Geschichte, wer da gerade etwas so meint, wie er meint. Der eigentlich Priester werden wollte und in einem Jesuitenseminar in Kerkrade gelernt hat und dann noch weiter studiert hat und promoviert hat und interessanterweise in der Betreuung eines jüdischen Professors Freiherr von Waldberg gewesen ist. Also das ist jetzt hier mal nur die kleine Geschichte mit Edward Bernays und dem Al Smith. Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda heißt übrigens meiner Meinung nach in George Orwells Neusprech Minister für besondere Aufgaben, Informationsministerium oder Wahrheitsministerium. Das kann ja auch Verklärung sein oder Volksverdummung sein. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda 1933 im Sinne der Wahrheit einen tollen Job gemacht hat. Ich glaube halt einfach, dass es reine politische Struktur und Indoktrination war. Und deswegen wurden die Menschen damals mit Medien, die man zu der Zeit hatte, nämlich Radioempfänger, da indoktriniert. So wie heute mit Fernsehen und Smartphone war es 1933 das Radio. Deswegen wurde ein Volksempfänger hergestellt, der also dann in jeder heimischen Stube, also in jedem Wohnzimmer dann da stehen sollte, dass Führerstimme auch im entlegensten Winkel zu hören war. Der Kleinempfänger war mit 36 Reichsmark für jeden erschwinglich, so wie heute die Smartphones aus diesem Grunde meiner Meinung nach auch so günstig sind. Und der wurde von der Bevölkerung, dieser Apparat wurde auch Goebbels Schnauze genannt. Und die von Goebbels gegründete Reichskulturkammer regelte den Zugang zu allen künstlerischen Berufen. So wie, ungefähr so wie heute. Das ist Propaganda 20. Jahrhundert und so sieht Propaganda 21. Jahrhundert aus in 4K. Und groß. Und laut. Und total aggressiv. So sieht das heutzutage aus. Also es sieht viel, viel echter aus und viel, viel bedrohlicher aus, wenn da über den Fernseher etwas flimmert, als wenn es nur eine Radiostimme ist. So, nochmal. Der Edward Benet hat gesagt, Zitat, Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element der demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wahre Regierungsmacht unseres Landes ist. Der Edward Benet stellt also hier, wenn man so will, in seinem weltbekannten Buch Propaganda 1928, genau in dem Jahr, wo Al Smith Präsident der Vereinigten Staaten werden wollte, die These auf, dass es hinter den Politikern eine unsichtbare Regierung gibt, die die wahre Regierung ist. Wieder zurück den Sprung zu Al Smith. Al Smith schaffte es als erster Katholik von einer der beiden großen Parteien der USA, also dieses Spiel links gegen rechts, eigentlich sagt keiner der Parteien die Wahrheit, aber das ist ein Spiel links gegen rechts, als Präsidentschaftskandidat nominiert zu werden. Er verlor mit 41% zu 58% sehr deutlich, obwohl er immerhin in den zwölf größten Städten der USA die Stimmenmehrheit erzielt hatte. Das heißt, die waren pro-katholisch, die großen Städte. Und die Landbevölkerung, die ist dann wohl eher protestantisch. Antikatholische Polemiken, er würde mehr auf den Papst in Rom als auf die Verfassung der Vereinigten Staaten hören, hatten zu dieser Niederlage beigetragen, steht in dem Buch Empire Statesmen. von Robert Seedon. Das kann ich ja kaum noch lesen. Das müsste ich jetzt hier ein bisschen größer machen. Und da steht es eben genau drin. Die doppelte Verbundenheit gleichzeitig zu dem Papst und zu den Gesetzen der Vereinigten Staaten. Die erste antikatholische Herausforderung, die die Kampagne von Alfred is Miss dann wirklich hatte. Im April 1927 war eben dann in der Zeitschrift Atlantik monatlich publizierte Artikel von Herrn Marshall, ein offener Brief an den Ehrenwerten Alfred is Miss. Und da geht es dann eben genau um diese Beschuldigung, dass man eben da als Katholik dem Papst verpflichtet ist. Wenn der Papst stellt sich ja da als Stellvertreter des Sohnes Gottes. Da kann man schlecht gegen argumentieren, wenn man Katholik ist. Denn man glaubt das ja so, wie man das so als Kind gelernt hat, sozusagen. Hier steht in dem Satz ja drin, eine doppelte Allianz, oder Allegiance heißt Gehorsam eigentlich. Also ein doppelter Gehorsam getragen wird, einerseits zum Papst und andererseits zum Gesetz der Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Bibel ist da ganz deutlich und sagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder wird man den einen lieben oder den anderen verwerfen, oder, ich weiß nicht, ich kenne den Text jetzt nicht weiter, aber der Punkt ist, dass man eben nicht zwei Herren dienen kann. Und bei Katholiken ist es ja so, dass die bis zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, dass denen verboten war, öffentliche Ämter zu bekleiden. Und da waren auch noch andere Dinge verboten. Aber es war ihnen verboten, öffentliche Ämter zu bekleiden. Warum? Weil sie ihren Herren, dem Papst folgen, der römisch-katholischen Kirche folgen und nicht dem Gesetz der Vereinigten Staaten. Und die Gründung der Vereinigten Staaten 1776 hat das aufgehoben, hat mit der Religionsfreiheit, die damals zugekannt wurde, dafür gesorgt, dass Katholiken diese Freiheit eben hatten. Übrigens kam diese Beschränkung aus dem puritanen England des 16. Jahrhunderts, wo die Puritaner die Oberhand hatten. Da war es Katholiken ebenso verboten. Sicherlich zur Zeit von Elisabeth und danach auch unter King James. Aber wer da mehr darüber wissen will, der sollte sich das Buch Herrscher des Bösen besorgen oder meine Lesung darin folgen. Aber da wollte ich nur mal eben sagen, der Punkt, der hier eben auch drin steht, ist, man kann nicht zwei Herren dienen. Ja. Ja, und das kommt also in diesem Buch hier überall raus zum Beispiel, dass man also dann hier versucht hat, mit dem Slogan, ein Christ im Weißen Haus beispielsweise, dann eben das da abzupuffern. Und das ist eben so eine Geschichte damals, wo die amerikanische Bevölkerung nicht bereit zu gewesen ist. Deswegen hat er auch relativ hoch verloren. Und dann war da eben noch der Papst, der 1928 eben genau da eben noch nicht die Macht hatte wie heute. Da muss ich noch mal was zu sagen. Der oberste Satz, a Christian in the White House, ein Christ im Weißen Haus, ein Katholik ist kein Christ. Ja, ja, natürlich. Ich weiß nicht. Da fängt der Betrug schon mal an. Ja, wir müssen das den Zuschauerinnen ja vielleicht noch mal deutlich sagen. Es gibt ja immer wieder neue Leute, die hier hinkommen und die das vielleicht noch nicht so wissen. Ein Katholik ist kein Christ. Wenn da steht, ein Christ im Weißen Haus, und Sie wollen einen Katholiken reinsetzen, dann setzen Sie da einen Satanisten ein. Nein, dann setzen Sie da jemanden der antichristlichen Kirche ein, nicht der christlichen Kirche. Das wollte ich nur mal eben kurz bemerken. Ja, ja, genau. Ich weiß, das ist meine Schuld, wenn es jetzt 35 Sendungen werden, anstatt 25 Dingen langsamer sprechen. Ich bin das. Ja, ich werde hier nur, ich werde hier nur, das ist wirklich das. Ich kann, du siehst selber, ich kann nicht dafür. Das ist wunderbar. Nein, ich weiß ja auch, ich weiß ja auch, Michael, du siehst das ja auch selber, aber du kannst ja, wenn du das vorliest, kannst du ja nicht an jede Kleinigkeit denken. Dafür hörst du mich ja hier, dass ich solche Dinge hier und da mal aufgreife und den Menschen auch noch mal eben deutlich mache. Also seid euch da bitte von bewusst. Ich tue schon Fünferl in Schweine. Es gibt ja leider keine Fünf-Euro-Münze. Ja, stimmt. Kein Heiermann mehr. Nee, richtig. Aber seid euch da bitte von bewusst. Ein Katholik ist kein Christ im biblischen Sinne. Ein Katholik ist jemand, der einer antichristlichen Kirche angehört und der seine Treue dem Papst schwört und damit nicht dem Staat, dem er anders dienen sollte. Von daher sind ja zum Beispiel auch solche Eide, wie der Eid des amerikanischen Präsidenten, immer mit mentaler Reservierung, also mit geistiger Reservierung ausgesprochen. Da haben wir auch mit drüber gesprochen in der Lesung von von Alle Wege führt nach Rom von Michael De Semlian, wo es da um den Krönungseid ging in England, wo wir ja wissen, dass sie in der Online-1913er-Enzyklopädie das nicht so abgeändert haben, wie es in der gedruckten Version steht, wo eben diese geistigen Vorbehalte aus der Online-Version raus sind und in der gedruckten Version stehen die noch drin, dass man eben beim Sprechen dieses Eides keine geistigen Vorbehalte haben darf. Und was das angeht, ja, dann schaut euch nochmal die Lesungen von Griesinger und andere Dinge an, wo wir über geistige Vorbehalte und sowas gesprochen und erklärt haben. Ich will jetzt auch nicht zu weit reingehen, aber es ist wichtig, das zu verstehen. In solchen Büchern steht, ein Christ im Weißen Haus, hier ist auch voll natürlich, ein Christ im Weißen Haus, tolle Sache. Ja, das lässt du... Aber dann keinen Katholiken da reinsetzen. Wir kriegen da gleich noch viel mehr in der Richtung Wachter ab. Und dann war doch der Pop da, also der Papst da. Der Papst war noch da. 1928, da haben die Amerikaner wirklich ehrlich geglaubt, dass wenn der Smith eben Präsident wird, dass der Papst rüberkommt und Amerika beherrscht. Also... Also da war noch der Pop da. Entschuldigung, da muss ich jetzt mal eben was sagen. Ich habe eben gerade gedacht, du sagst, da war noch der Popel da. Also bei Pop muss ich immer an Popel denken. Nein, 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 P.O.P. Dann bohre ich mal kurz in der Nase und da hole ich mir auch so einen raus. Das, was ich mir aus der Nase hole, ist genauso viel wert wie der Pope oder der Papst, der da in Rom sitzt. Das geht nicht durch die Zensur. So, noch mal eine kleine Lache, so zwischendurch. Bitteschön. Nicht durch die Zensur. Also das wollte ich jetzt eben auch mal sagen hier. Also das ist ganz klar rauszulesen aus diesen Dokumenten hier, dass eben der Papst da in Amerika nicht erwünscht war. Ganz anders starb es ja ungefähr 50 Jahre später bei Ron and Dragon aus. Aber das ist noch ein bisschen weiter hin bis dahin. Okay. Übrigens gibt es einen Film von Frank Capra. Dieser Film heißt It's a Wonderful Life. Das hat nichts mit dem Lied zu tun, das ihr jetzt irgendwie kennt von Ace of Base oder sowas. Da wird eine Zeitung eingeblendet, in der die Schlagzeile Smith wins Nomination auftaucht. Ist doch völlig unverfänglich, oder? Ja, schließlich, wer kennt schon den Film It's a Wonderful Life, oder? Kennt ihr nicht? Kennt ihr doch. Kein Weihnachten ohne den TV-Klassiker ist das Leben nicht schön. Eine Entspannung zwischen der Schablone und Corona-Drehs. Ach, keine Sendung ohne Corona. Das bringen die Weihnachtstage im Fernsehen und im Streaming. Dem Engel klärend sei Dank. George Bailey, James Stewart, hat wieder Freude am Leben gefunden und feiert Weihnachten. Also ein römisch-katholisches Fest. Es hat nichts mit Christentum zu tun, Weihnachten. Da steht jetzt hier drin, dass es dann immer ganz, ganz beliebt ist, dieser Film. Man sieht ja hier eine Tanne, einen geschmückten Weihnachtsbaum. Man sieht einen total lustigen James Stewart, der wahrscheinlich froh ist, dass der Film bald zu Ende ist. Aber das ist letzten Endes so. Heutzutage ist dieser Film auch noch bei den etwas Älteren gut bekannt. Ist das Leben nicht schön? Seit 1946, über 75 Jahre, haben wir jetzt diesen Film schon mit uns. Ist er nicht toll? Ist das Leben nicht schön? Und da kommt genau diese Geschichte, dass der L. Smith eben die Nomination gewinnt. Was ein Zufall, oder? Könnte das römisch-katholische Propaganda sein? Hm, ist ein amerikanischer Film von 1946, da wo gerade der Krieg vorbei war. Da wo gerade die Amerikaner gewonnen hatten und kurz vorher noch die Atombomben. Ja, die angeblichen Atombomben, man muss ja immer vorsichtig sein, man kann ja nichts, ist ja alles schon lange her, man war ja nicht dabei, dann da auf Japan geworfen haben. Gut, also soviel dann dazu. Der ultimative, sich gut fühlend Film, ist das Leben nicht schön? Keine Geschenke auspacken, ohne James Stewart als hochverschuldeten George Bailey, der sein Leben für sinnlos hält und sich wünscht, nie geboren zu sein, bis ihn die Mächte des Himmels in Person des Engels Clarence retten und ihm vorführen, was aus Heimatorten und Bewohnern geworden wäre, wenn der George nie gelebt hätte. Und deswegen betet natürlich der George, hier der James Stewart, mit gefalteten oder mit verschränkten Händen, so wie die Heiden beten, damit auch ja nichts in die Hände reinkommt. Und der sagt dann hier in diesem Film, das ist automatisch übersetzt von YouTube und ich versuche das jetzt mal so zu übersetzen, hilf mich, na, hilf mir, hilf mich, meine Güte, YouTube-Übersetzer, hilf mir, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will mein Leben wieder zurück, so wie es war. Und das geht nicht, Herr James Stewart, denn wir haben jetzt das neue Normal. Ja, the new normal. Das Leben wie vor Corona wird es nicht mehr geben, aber das konnte der James Stewart 1946 da nicht wissen. Und der ist auch gar nicht dafür verantwortlich, also normalerweise ist immer derjenige dafür verantwortlich, was er sagt, dass er sagt, aber in dem Fall eines Schauspielers ist in dem Moment der Regisseur dafür verantwortlich, was der Schauspieler sagt. So viel mal eben dazu. Schauspieler sind ja alles Lügner, die dafür bezahlt werden. Und in diesem Film hier ist das Leben nicht schön. Katholische Propaganda ohne Ende zu Weihnachten, einem unheiligen römischen Fest, wo es sich nur um Geschenke und um Saufgelage und um Sodomie und solche ganzen Geschichten geht, mit einem König, der nur für ein paar Tage gewählt wird, zum Zeitpunkt der dunklen Sonne sozusagen, zum Zeitpunkt der unbesiegbaren Sonne, Sol Invictus und wenn wir da jetzt alles reingehen, Weihnachten hat nichts mit Jesus Christus zu tun. Jesus Christus ist nicht am 24. oder 25. Dezember auf die Welt gekommen. Und hier in diesem Film steht drin, lieber George, denke immer daran, ein Mann, der Freunde hat, ist nie ein Versager. Natürlich ist das ein Versager. Du kannst auch die falschen Freunde haben, dann kannst du trotzdem in diesem Leben versagen. Aber Versagen in welcher Hinsicht, sagt dir jetzt nur Gott später und nicht irgendein Mensch. Danke für die Flügel. Alles Gute, Clarence. Das ist diese ganz bekannte Folge, wo dann Clarence sagt, ich bin doch nur ein Engel zweiter Klasse. Und deswegen muss er sich seine Flügel verdienen. Eine Geschichte, die fast jeder kennt und zu einem sogenannten und im wahrsten Sinne des Wortes einem geflügelten Wort geworden ist, ist diese Geschichte mit dem Engel zweiter Klasse, Clarence. Und zum Schluss dieses absolut ganz kitschigen und klebrigen Filmes ist dann die Geschichte mit dem Weihnachtsbaum. Und wo das kleine Kind dann ganz süß sagt, ich versuche mal das mal herzukommen und so weiter, dass der George Bailey alias James Stewart dann genau diesen Brief findet von Clarence, dass er da jetzt seine Flügel bekommen hat und alle freuen sich, dass ein Engel seine Flügel bekommen hat. Und der Engel, den es gar nicht gibt, der ist auch ganz, ganz, ganz toll in diesem Film dargestellt mit so einem Mann, der so im Nachthemd rumläuft schon fast. Aber ist egal, die Szene, die jetzt kommt, ist letzten Endes der George Bailey, wie James Stewart sagt, das ist ein Weihnachtsgeschenk von einem sehr guten Freund. Und dann sagt das kleine Kind, ja, unsere Lehrerin hat aber gesagt, immer wenn ein Glöckchen klingelt, dann kommt ein Engel und der kriegt seine Flügel. Also zu deutsch, viel langsam. Unsere Lehrerin hat gesagt, immer wenn ein Glöckchen klingelt, dann bekommt ein Engel seine Flügel. Und dann sagt der James Stewart mit dem linken Auge zugeklickt, so, ja, das ist wahr. Und damit hat er dann schon wieder gelogen. Aber alle sind glücklich, weil die Lüge vor allen Dingen zu Weihnachten ist so zuckersüß und alle kriegen auch noch Geld dafür. So sieht ein perfektes Weihnachten aus, wenn man anscheinend nie herausgefunden hat, was Weihnachten wirklich ist. Und hier lügen alle. Und egal. Man hat die katholische Propaganda und man hat den Alfred Smith sogar dabei. Und die Rezensionen über diesen Film sind ganz toll. Der schönste Weihnachtfilm aller Zeiten und für immer. Obwohl ich ihn seit 30 Jahren gucke, muss ich immer wieder Verhörung weinen, einfach schön. Der Jens hat das gesagt, aber nur mal so. Jetzt wird es wieder ernst. Ernst ist die englische Übersetzung. Strange, isn't it? Das Leben eines Menschen berührt so viele andere Leben. Wenn er nicht da ist, dann hinterlässt er ein schreckliches Loch. Das sind so die Weisheiten des Engels, den es nie gegeben hat. Also das ist, wenn man so will, jetzt hier Apokryphia oder wenn man so will, Gnosis, auf jeden Fall ist das hier alles nur katholische Propaganda. Denn in unserer Welt, die wir jetzt hier haben, da ist kein Mensch dafür verantwortlich, dass ein Engel seine Flügel kriegt, gell? Wir wissen ja noch nicht mal... Ach, Leute lesen die Bibel nicht, ne? Aber ich denke, das ist eins der Originalbilder hier. Frank Capra, It's a Wonderful Life. Und was ist da drauf? Ich würde sagen, ein alter Mann mit Flügeln, oder? Der kommt wovon? Von oben. Und wie ist der angezogen? Und schwarz? Na, irgendwelche Ideen? Ein Engel bekommt seine Flügel. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So werden wir verarscht. So werden wir nur noch verarscht. Wir fahren den Film alle schön. Und fast jeder kennt den. Oh, und der Alfred E. Smith kommt in diesem Film vor. Welch ein Zufall. Ja, ja, wenn man an Zufälle glaubt. Gut, gehen wir endlich mal zurück zum Herrn Kennedy. Kennedy arbeitet im Wahlkampf-Ausschuss für Roosevelt. Seine Unterstützung besteht darin, dass es ihm gelingt, den Zeitungsmogul, den Herrn Hearst, in den Wahlkampf für Roosevelt einzubinden. Dem überraschten Publikum, warum Roosevelt ausgerechnet Kennedy auserwählt hatte, der vielen nicht nur als Profiteur der Weltwirtschaftskrise, sondern als deren Mitverursacher galt, erklärte der Präsident sinngemäß, dass die am besten die Befangen können. Ja, ist das schon toll, ne? Wenn der Präsident zugibt, dass derjenige, der ihm hilft, ein Dieb ist. Also macht der Präsident dann auch Geschäfte mit Kriminellen. Richtig? Dieb ist kriminell, oder? Wenn man etwas klaut, ist sogar ein Verstoß gegen eins der zehn Gebote. Du sollst nicht stehlen. Neben Kennedys Einfluss auf die Geschäftswelt erwies sich auch seine katholische, also seine irisch-katholische Herkunft als nützlich für Roosevelt. Interessant. Und der Roosevelt hat dann versucht, da haben wir letzte Sendung darüber gesprochen, auf den Prediger Charles Cuthlin einzuwirken. Und wer noch übrigens irisch ist, ist der hier, Joe Biden. Und der Joe Biden ist im Augenblick der amerikanische Präsident. Also das, was im ersten Anlauf mit Alfred E. Smith nicht geklappt hat, der sich irisch gefühlt hat. Im zweiten Anlauf mit John F. Kennedy so leidlich nur geklappt hat, der also dann nach etwas mehr als zwei Jahren im Amt erschossen wurde, hat jetzt im dritten Anlauf, in Anführungsstrichen, endlich mit dem Joe Biden geklappt. Wir haben zum dritten Mal jemand, der als Katholik Präsident der Vereinigten Staaten ist und zum dritten Mal jemand, der ihre ist, der aus Irland kommt. Welch ein Zufall, oder? Mann, oh Mann, oh Mann. Zufälle gibt es auf dieser Welt. Als er Kennedy nach der Wahl nicht das Finanzministerium erhielt, war er sehr, sehr enttäuscht. Dann hat er andere Ämter bekleidet und er war auch Vorsitzender der United States Marine Commission. Da wird er bald jemanden kennenlernen. Und bei der Präsidentschaftswahl 1936, da hat er dann wieder den Roosevelt unterstützt. Das ist so, wie es ist. Aber 1937, und jetzt geht es los, wurde er von dem Herrn Roosevelt zum amerikanischen Botschafter in London berufen. Aha. Moment mal. Wenn ich das jetzt alles hier einkleben würde aus den ganzen 200 Sendungen, die wir bis jetzt schon gemacht haben, würde ich jetzt sagen, Moment mal, ich kenne jemanden, der italienischer Botschafter in London auch zu dieser Zeitburg gewesen ist. Der hieß Niccolo Carandini und war der Onkel von Christopher Lee. Wie sich die Wege so kreuzen hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kennedy erlangte damit den prestigeträchtigsten diplomatischen Posten, den Amerika zu vergeben hatte. Er reiste im März 1938 mit seiner Familie nach London. Das heißt inklusive John F. Kennedy. Doch setzte er seine Söhne Joe Junior und John, hiermit ist John F. Kennedy gemeint, auf herausgehobene Positionen im Mitarbeiterstab der Botschaft und spornte sie, wie steht sie ihr Vater, dazu an, eigene Wege zu gehen. Denn jetzt ist der Zeitpunkt schon klar, dass seit März 1938 der spätere amerikanische Präsident John F. Kennedy ein Geheimnisträger ist. Denn der Job eines Botschafters in London hat mit Staatsgeheimnissen zu tun. Und du kannst mir nicht erzählen, dass der Sohn von dem Botschafter, der zu diesem Zeitpunkt, jetzt muss ich mal selber rechnen, 21 Jahre alt war, nicht mal ab und zu irgendwelche internen Notizen mitbekommen hat. Also, der Herr John F. Kennedy hatte in dem Moment schon Verbindungen zum Geheimdienst. Denn der Job eines Botschafters ist letzten Endes das, Dinge zu wissen, die andere Menschen eben nicht wissen. Hatten wir ja schon ganz oft miteinander so verknüpft. So hielt sich später die Söhne von dem Papa Kennedy in der Tschechoslowakischen Republik auf und in der Zweiten Spanischen Republik auf. Und John erlebte die Tschechoslowakische Republik und die Zerschlagung der Resttschechei vor Ort. Okay. Jetzt machen wir ein bisschen hier weiter. Seine Familie schickte er dann im September 1939 nach Amerika zurück. Das ist da, wo der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Kennedy selber, also Papa Kennedy, litt unter starkem Heimweh. Und spätestens als Kennedys teilweise als nazifreundlich aufgefasster Defetismus soweit ging, dass London so gewahr in Erwägung gezogen hatte, ihn zur Persona non grata, also zur unerwünschten Person, zu erklären, dann war eben da schon das Licht ziemlich aus. Dann wollte man letzten Endes ihm dann schon so ein bisschen abservieren. Aber als Winston Churchill dann als Premierminister 1940 folgte, dann haben er, der Premierminister von Großbritannien und der amerikanische Präsident Roosevelt, den Entschluss gefasst, dass die amerikanische Botschaft ein unerwünschter, diplomatischer Kanal sei und isolierten sie fortan. Also der Kennedy war da isoliert und seine Familie war in den Vereinigten Staaten zurück. Jetzt geht es hier unglaublich ins Detail, auch wenn wir jetzt da in die ganzen Geschichten reingehen. Im Augenblick ist es interessant, dass der Kennedy gesagt hätte, der Roosevelt wäre ein Opfer jüdischen Einflusses. Kennedy hat dann letzten Endes sich mit Nazi-Deutschland angebiedert und Winston Churchill hat ihn angeblich vom Inlandsgeheimdienst MIFI observieren lassen. Und jetzt geht es, dann gibt es noch ein geheimes Treffen von Kennedy mit Göring Stellvertreter und so weiter. Also das sind hier Geheimdienstgeschichten, die der Herr Kennedy teilweise wohl auf eigene Faust gemacht hat. Okay. Roosevelt bat Kennedy im Amt zu bleiben. Wahrscheinlich wollte er bei der Präsidentschaftswahl 1940 in der Geschäftswelt und unter den katholischen Wählern nicht verlieren. Wir sehen schon wieder, dass das Schwergewicht Kennedy auch im religiösen Sinne gebraucht wurde, weil der katholisch war und weil der großen Einfluss hatte. Der war ja immerhin schon ziemlich, nicht nur einflussreich, sondern auch ziemlich reich. Nicht nur an Einfluss, sondern auch an Geld. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man nur in den Papa Kennedy reingeht, da kommen Dinge raus, das kann man sich gar nicht vorstellen. Vor allen Dingen, das ist jetzt nur die nicht elitäre Quelle Wikipedia. Und Kennedy hat eben dann nach wie vor Roosevelt unterstützt und einen Tag nach der Wiederwahl hat Kennedy dann mit dem Präsidenten telefoniert und seinen Rücktritt eingereicht. Hat also dann gewartet, bis er gewählt worden ist und zack, war die Unterstützung weg. Dann war er in Ruhestand gewesen und jetzt geht's los. Als sich seine Söhne Joseph Junior und John F. Kennedy Anfang des Jahres 1941 zum Militärdienst meldeten, wobei sie im Wettbewerb zueinander standen, hat er dann den John F. Kennedy über seinen persönlichen Kontakt zum Director des Office of Naval Intelligence Alan G. Kirk dann da gefördert. Der Direktor des Marine-Geheimdienstes. Sind wir schon wieder beim Geheimdienst? Okay? Also dann sehen wir schon, der Herr Kennedy, der hat eine ganze Menge Einfluss und hat dann auch direkt den Kontakt gesucht zum Chef des Geheimdienstes, des Marine-Geheimdienstes. Also da kann mir keiner erzählen, dass der John F. Kennedy nur Politiker gewesen ist. Der hatte eine ganze Menge Dinge, die der wusste. Und wenn man im Krieg ist, weiß man es nur so viel mehr, als wenn man nur vorm Fernseher sitzt. Dann kennt man eigentlich viel mehr interne Geschichten. So. Der Tod seines ältesten Sohns, Joe Junior eigentlich, im August 1944 traf Kennedy schwer. Er hatte für dessen politische Karriere nach dem Krieg bereits Pläne vorbereitet. 1946 engagierte er sich dann im erfolgreichen Wahlkampf seines Sohns John F. Kennedy Ich mache das mal ein bisschen fetter hier. Um den traditionell demokratischen elften Wahlbezirk von Massachusetts im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Dazu bahnte er für ihn Kontakte zu Eltern und Politikern an. Er legte Pressearbeit und stellte Geldmittel für die Kampagne zur Verfügung. Dann war er Mitglied in einer Kommission von Harry Truman und der einige Jahre später folgenden Kommission, welche erneut Herbert Hoover leitete, saß Kennedy bei und holte ab August 1953 seinen Sohn Robert F. Kennedy RFK in den Mitarbeiter starb. Das heißt, 1944 ist sein Sohn, der dazu auserkoren war, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, im Militärdienst während des Zweiten Weltkrieges gefallen und aufgrund dessen erst ist John F. Kennedy überhaupt als ältester Sohn in die Lage gekommen, von seinem Vater protegiert zu werden, um letzten Endes Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Das war wohl nicht der Wunsch von John Kennedy selber, sondern von seinem Vater. Das kommt auch in einigen Biografien raus. Kennedy war in seiner, wir reden jetzt über den Papa, war in seiner politischen Geisteshaltung rassistisch, antisemitisch und reaktionär. Nach außen hin. Und er engagierte sich in der Planung von Rettungsoperationen für jüdische Flüchtlinge. Also von daher war er dann wohl doch nicht so ganz antisemitisch, wobei antisemitisch ja auch noch eine ursprüngliche Bedeutung hat, die heutzutage schon völlig verloren ist. 1946 zog sich Kennedy aus dem öffentlichen Leben zurück, aber auch nur nach außen hin. Im Dezember 1961, das ist die Zeit, wo John F. Kennedy schon längst Präsident der Vereinigten Staaten war, erlitte einen schweren Schlaganfall, der sein weiteres Leben stark beeinträchtigte. Warnungen seiner Erzsatzte, das Familienoberhaupt Oberhaupt, dass es hasste, nicht alles unter Kontrolle zu haben, nicht beachtet. So, und jetzt stellt man allein schon in dem Satz einen totalen Gegensatz fest zu dem letzten Satz. Wenn jemand sich zwar aus dem öffentlichen Leben zurückzieht, aber im nächsten Satz gesagt wird, dass er alles unter Kontrolle haben will, dann kann man von hinten immer noch im Verborgenen immer noch die Fäden spinnen. Und genau das hat eben dann der Papa von Kennedy zeitlebens gemacht, beziehungsweise versucht. So sieht es aus. 81 Jahre alt geworden. Kennedy, Senior, galt zeitlebens als Playboy. Seine Geliebte, die Schauspielerin Gloria Swanson, deren Filme er eine Zeit lang finanzierte, war ebenso häufig Gast in seinem Haus wie Marlene Dietrich, also der blaue Engel, die als Freundin der Familie galt, zeitlebens Playboy. Der war ein Playboy, bevor es die Zeitung noch gar nicht gab, die übrigens von Hugh Hefner gegründet wurde, auch als Front für Geheimdienst Operationen, aber das ist eine andere Geschichte. Literatur, John F. Kennedy, ein unvollendetes Leben. Da gibt es jetzt hier eine ganze Menge Sachen, das ist alles nur Wikipedia über den Papa von dem John F. Kennedy und das ist jetzt nur noch nicht mal die halbe Miete. Die wirklich interessanten Sachen, die kommen bald erst noch. Aus dem Archiv Joseph B. Kennedy, ein Porträt des Gründers, kommt hier folgendes. Genauso wollte es Joe Kennedy. Geld wurde niemals diskutiert im Haushalt. Anstelle dessen hat eben Kennedy seine Söhne erzogen, um eben wettbewerbsfähig zu sein und eben auch in der Öffentlichkeit zu stehen und er hat dann gesagt, I got Jacks into politics. Jack ist der Spitzname von John F. Kennedy. Deswegen hat auch seine Ehefrau, die eigentlich Jacqueline heißt, immer Jackie genannt worden, weil sie war eigentlich nur das Anhängsel von Jack. Deswegen hat sie sich da Zeitlebens gegen gestreut. Also Jack, also zu Deutsch, ich habe den John F. Kennedy in die Politik reingedrängt. Ich war derjenige, hat der Kennedy Senior einem Reporter einige Jahre vorher gesagt. Ja, ich sage ihm gesagt, Mensch, also das ist wirklich deine Verpflichtung, um halt für den Kongress zu kandidieren. Er wollte gar nicht. Aber er hat eben gesagt, Mensch, ich habe doch gar nicht die Fähigkeiten und so weiter und so fort, aber ich habe ihm gesagt, der muss. Du bist der älteste Sohn quasi. Also das war nicht so ganz freiwillig, aber Papa war der Patriarch, der stand ganz oben, der war irrereich, der hatte ganz viel Einfluss, der war Botschafter gewesen alles und man hatte halt letzten Endes dann als John F. Kennedy die besten Voraussetzungen, der Mann hat ja auch nicht gerade schlecht ausgesehen, John F. Kennedy hatte die besten Voraussetzungen, er hatte Geld, er hatte Einfluss und er hatte einen politischen Background, um Präsident zu werden. Und 1946... Eine kleine Frage zwischendurch, Entschuldigung. Bitte. Ich sage mal, John F. Kennedy war der Älteste, Ich dachte, Joe P. Kennedy Senior war der Jüngste, aber der ist 1944 gestorben. Der ist 1944 gestorben und aufgrund dessen hat er die Verantwortung aufgeboren bekommen. Er war also der einzige überbleibende Söhne, er war eigentlich der Jüngere der beiden, nur eben rechtssetzt. Ja, der hat ja eine ganze Menge, der hat ja eine ganze Menge Söhne, ja, aber er hat ja mindestens vier Söhne. Wir sprechen ja jetzt nur von den Offiziellen. Nein, nein, dann wäre es ja noch mehr. Der Joe, der Ältere und John F. Kennedy, der Jüngere, das wollte ich nur eben rechtlich setzen, dass die Leute nicht sagen, dass du hier was Falsches erzählst. Du weißt ja, wie die Leute manchmal so sind, dass wir das nicht in den falschen Hals kriegen. Der Joe ist gestorben und damit war John F. Kennedy der Erbe, lass uns mal sagen, der Agenda, die eigentlich für den älteren Sohn vorgesehen war. Lass uns das mal so sagen. Genau, der Joe ist derjenige, der gestorben ist. Das Blöde ist, das Senior und Junior Joe heißen. Es ist blöd zusammengestellt, der Satz. Also eigentlich ist es so, dass der Senior gesagt hat, mein ältester Sohn ist gefallen im Krieg und deswegen ist es die Aufgabe von Jack, eben jetzt in die Politik zu gehen. Es ist seine Verantwortung. Es ist seine Verantwortung. Genau, es ist seine Verantwortung und deswegen habe ich gesagt, Ich habe ihm gesagt, Joe, der älteste Sohn, mein ältester Sohn ist gestorben und deswegen ist es deine, ich sage jetzt mal so, wie er das wahrscheinlich gesagt haben wird, verdammte Verantwortung, um in den Kongress zu gehen und sich dafür zu, auf die Liste zu setzen zu lassen. Genau, so. Und das war eben nicht freiwillig. I told him, er musste. He had to. Ja, und dann hat er sich dann halt erst mal lokal und so weiter jetzt beweisen müssen und so weiter und so fort und Papa Joe, Papa Joe war also nur am Telefonieren, hat alle möglichen Entscheidungen dann da beaufsichtig und gecheckt und so weiter und auch natürlich auch die ganze Kasse und alles dann so beaufsichtig und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und ein Joe Cain, ein Cousin, der hat dann ausgesagt später, man brauchte drei Dinge, um zu gewinnen. Das erste ist Geld, das zweite ist Geld und das dritte ist Geld. Die Liebe zum Geld ist ja die Wurzel allen Übels. Genau. Und wenn man erstens Geld ausgibt, zweitens Geld ausgibt, drittens Geld ausgibt, dann liebt man das Geld, weil man liebt das, was man damit erreichen kann, wenn man das Geld ausgibt. Und das ist der tiefere Sinn des ersten Timotheus 6,20. Es geht nämlich nicht darum, dass ich diese Geldscheine jetzt umarme oder wie Dagobert Duck in den Talern tauche, sondern es geht darum, was ich mit dem Geld erreichen kann. Das liebe ich und deswegen liebe ich das Geld und deswegen ist die Liebe zum Geld die Wurzel allen Übels. Ja, also wir haben hier Money, Money, Money. Ich wollte gerade sagen, jetzt blendest du aber ein, was? Ja. Du bist aber auch durchschaubar. Nein, aber ich weiß nicht, wofür haben wir die ganzen Folgen gemacht? Bitteschön, ja. Wofür haben wir die ganzen Folgen gemacht? Da geht es nicht bei ABBA auch nur um Geld. Die haben ja jetzt wieder ein neues Album gemacht, aber Voyager oder Voyage und die sind letzten Endes hinter dem Geld hinterher. Aber bitteschön, die sind hinter Plastikgeld her. Denn ABBA sind einer der Ersten, die in Schweden damals in ihrem Museum das Bargeld abgeschafft haben. Und wir wissen beispielsweise von den Björn Ulverius, dass der Freimaurer ist. Also ABBA ist ein ganzes luziferianisches Freimaurer-Projekt. So viel dazu. Also da geht es sich auch um Money, Money, Money überall. Das schöne Leben. In dem Wettbewerb für den Senat 1952 hat eben dann Papa Kennedy persönlich das Kommando übernommen sozusagen. Und dann ist eben da etwas schief gelaufen in dem Wahlkampfteam und der Herr Dorton hat eben dann halt die Säge gestrichen oder quittiert und Robert Kennedy, Spitzname Bobby, hat ihn dann ersetzt. Jetzt haben sich hier einige Wahlhelfer erinnert, als Bobby reinkam. Da wussten wir, dass der alte Mann das Ruder in die Hand genommen hat. Was hatte denn Bobby bis zu dem Zeitpunkt politisch überhaupt gemacht? Nicht eine verdammte Sache. Und plötzlich war er der Kampagnenmanager und hat dann da die Fahne gewunken. Und andere haben gesagt, Mensch, also du konntest manchmal überhaupt niemanden bekommen, der eine Entscheidung gefällt hat. Du musstest den alten Mann anrufen, dann hast du eine Entscheidung bekommen. Also alles zielt darauf hinaus, wenn diese Geschichte in diesem Buch stimmt, dass es dann letzten Endes so war, dass Papa Kennedy alles gemanagt hat, weil der wollte unbedingt, dass sein Sohn Präsident wird. Und warum? Wenn wir bald feststellen, warum. einst dann beispielsweise das Rennen für das Weiße Haus dann im Anfang 1958 begann, hat eben Papa Kennedy seinen Checkbook gezückt und hat eben dann Millionen und Millionen und Millionen ausgegeben über die nächsten zwei Jahre, um seinen Sohn als Präsidenten zu unterstützen. Kennedy hat es geschafft, um drei attraktive, überzeugende Söhne groß zu ziehen, die also dann auch Führerqualitäten hatten, sozusagen, ja. Und der Wohlstand hat es zwar nicht einfacher gemacht und es hat auch nicht garantiert, aber es hat ein bisschen, es hat die Ankunft ein bisschen einfacher gemacht. Weder John F. Kennedy noch Robert Kennedy war enthusiastisch aus klaren Gründen über eben dann auch die Entscheidung, dass man den jüngeren Bruder dann eben auch für den Senat schon kandidieren lässt. Das ist also wirklich, die ganze Familie sollte in die Politik rein. Wir reden jetzt hier von drei übrig gebliebenen offiziellen Söhnen von Joe Kennedy. Wir reden über John F. Kennedy als Präsident, wir reden über Robert Kennedy als Senatsmitglied und wir reden dann bald über, zwischendurch auch noch über Ted Kennedy. Also alles Politik, 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 da ist kein einziger dabei, der sagt, nö, mit Politik habe ich nichts, aber gut. Ja. It's Teddy, now it's Teddy's turn. Ja, jetzt muss der Teddy auch noch ran. Und ich muss mal gucken, dass er genau das kriegt, was er will. Und jetzt kommt eben genau diese Zäsur sozusagen. Im Dezember 1961 hat er einen schweren Schlaganfall bekommen, der ihm also halbseitig teilweise gelähmt hat. Aber seine Wünsche wurden dann respektiert und so weiter und so weiter. Und es geht sich nur um Macht am Ende. Joe denkt wie ein König und Könige sind nicht immer nette Kerle. Eigentlich sind Könige immer im Bett mit der Hure, aber das kann man jetzt hier nicht schreiben, weil das wäre dann biblisch auch korrekt und Offenbarung, aber das habe ich jetzt hier nicht eingefürcht. Was ich eingefürcht habe, ist ein Bild des ganz jungen John F. Kennedy. Das müsste dann 1946 sein, wo er dann eben kandidiert hat in Massachusetts. So sehr date er also 1946 aus. Wir reden jetzt hier über jemanden, der gerade 29 Jahre alt ist, der gerade aus dem Krieg kommt und der jetzt schon für ein öffentliches Amt kandidiert. 29 Jahre war der 1946. Jetzt gebt mir mal plus minus ein halbes Jahr, weil ich nicht weiß, in welchem Monat das jetzt war, aber nur, dass jeder mal so sieht. Noch nicht mal 30, darum geht es jetzt hier. So, das war die Geschichte und jetzt kommt eine andere Quelle. Jetzt kommt die richtig interessante Quelle. Joseph Patrick, Joe Kennedy, wurde genannt nach seinem Großvater Patrick und warum wohl Patrick, wenn man aus Irland kommt, der eben dann in Boston angekommen war von Irland 1849. Er war einer von einer Million oder von Millionen irischen Immigranten, die eben die Great Irish Famine geflohen sind. Hungersnot. Hungersnot, ach okay. Das ist die große irische Hungersnot, die natürlich katholisch angezettelt war, um dafür zu sorgen, dass die Katholiken aus Irland nach Amerika gehen, wo sie gebraucht wurden. Stimmt, Hungersnot war das, genau. So, und jetzt sagt die Webseite nämlich jetzt hier, diese Hungersnot wurde kreiert bei den Briten, dass eben Millionen von ihren eben dann nach Massachusetts flohen oder auswanderten, wie auch immer, um eben dann die Menschen dann halt da auszutauschen. Und das geht jetzt zurück auf 1846 beispielsweise, dass Mexiko, da wohl 13 Millionen Acres, besten Landes in Kalifornien, an den Vater Eugene McNamara für eine päpstliche irische Kolonie da gespendet hat. Und es geht sich jetzt hier um den irischen Jesuitenpriester Eugene McNamara, wovon es jetzt wohl kein Bild gibt. Aber das sagen einige Quellen aus, ich habe auch jetzt einige Bücher darüber benannt. Und das ist eben eine Geschichte, die jetzt auch, glaube ich, den Hintergrund aufzeigt, dass die Iren nicht so ganz zufällig da aufgetaucht sind. Und wir reden jetzt im Augenblick nicht über Massachusetts, im Augenblick reden wir jetzt hier über Kalifornien. Dieses Buch heißt hier El Proyecto McNamara The Maverick Iris Priest and the Race to Cease California 1844 bis 1846 Deutsche Übersetzung kommt unten. Dies ist die Geschichte von Eugene McNamara, einem eigenwilligen jungen Priester aus Ennis in der Grafschaft Clare, der in den 1840er Jahren in alter Kalifornia dem nordwestlichen Gebiet Mexikos eine Kolonie für irische Familien gründen wollte. Während die 10.000 einsatzbereiten Freiwilligen aus Limerick, Clare und Cork, mit denen er sich rühmte, tatsächlich eingetroffen, hätten ein New Ennis, New Clare oder New Island entstehen können. Sein Plan scheiterte, als die USA 1846 Kalifornien besetzten. McNamaras Leben umspannte die halbe Welt und war dramatisch. Rauswurf auf einem Pariser Seminar eine Flucht von Guayana nach Rom, um eine krampfhafte Mission aufzudecken. Rom, klar, ein Jahr im revolutionären Mexiko, zwei Monate in bedrohten Kalifornien mit Unterstützung der Royal Navy und Asyl in Mexiko. Da kann man mal sehen. Das hat also dann einen römisch-katholischen Hintergrund, um da die Westküste zu kolonisieren. Interessant. Ja, als US-Präsident Polk von El Proyecto McNamara, also von dem Projekt hier McNamara erfuhr, handelte er sofort um jegliche britische Kolonisierung in Nordamerika zu verhindern. Also britisch ist das nur nach außen hin. Das geht sich ja eigentlich um eine päpstliche Kolonisierung. Deswegen habe ich das jetzt hier schon mal blau gemacht. Eigentlich hätte ich es dann direkt grün machen können. Ja, in Washington verkörperte McNamara auf höchster Ebene eine politische und wirtschaftliche Verschwörung zwischen Großbritannien und Mexiko gegen die USA. Diese Biografie ist die... Oh, das Wort Verschwörung kommt hier mal vor. Ja, ja. Endlich. Ja. Diese Biografie ist die festhende Geschichte dieses internationalen Irren und seiner lang anhaltenden Folgen. Das war jetzt eine kostenlose Übersetzung von Diepel, aber ich denke, die ist für unsere Zwecke hier im Augenblick ausreichend. Wir wollen ja keine Bücher schreiben. Wir wollen ja nur zum Nachdenken erstmal anregen. Und in dem Buch steht also... Das ist eine Geschichte eines internationalen Irren. Was gut, dass ich mein Mikrofon ausgeschaltet habe. Ja, gut, also hier steht also beispielsweise drin in verschiedenen Seiten, das ist nur eine Leseprobe, ich habe dieses Buch nicht, aber da steht also drin, dass in Rom der Kardinal Franzose, der Präfekt der Missionsdiktorate Propaganda 4, die dann schon eben dann eine ganze Menge gemacht hat und dass also da eine ganze Menge hintersteckt, aus Rom eben. genau das, was eigentlich die Amerikaner sich verboten haben, verbitten wollten sozusagen mit der Monroe Doctrine. Das war ja ein klein wenig kurz vorher. Wir reden jetzt hier über 1844 bis 1846. So sieht es aus. Table of Context, jetzt geht es direkt los mit diesem McNamara, direkt im ersten Kapitel. britischer Agent oder päpstlicher Missionar? Direkt hier. Und dann direkt auch der Verweis am Monroe Doctrine, da muss man einfach dran denken. Projekt McNamara. Das ist interessant, diese ganze Mac-Geschichte auch. McNamara, da hat man ja immer schon so irgendwie so diesen schottischen Hintergrund auch irgendwie so, das kommt ja alles aus dieser Ecke da aus Großbritannien auf jeden Fall. Warum heißt McDonalds erfolgreichster Burger Big Mac? Mit die Hintergründe sollte man sich doch vielleicht mal stellen. Mick Mac, naja, wir kommen ganz später noch zu so vielen Macs. Interessant, wenn man da wirklich in diese ganzen Quellen reingeht, dann sieht man hier, da gibt es also Nonnen und so weiter, die da mit zusammengearbeitet haben. Da gibt es Generäle, die britische Guyana-Mission, hier gibt es also McNamara went to Rome in protest, also McNamara fuhr oder flog, oder, nee, flog nicht, aber schiffte nach Rom in Protest und so weiter und so weiter und so fort. Popius sandte seine Jesuiten to grab out the weeds, a secret journal of events und so weiter und so fort. Also hier sieht man, es ist eine ganze Menge los überhaupt. Es ist eine ganze Menge los in dieser ganzen Geschichte. Es gibt kein Porträt von Eugene McNamara, fällt jetzt auch wieder so ein Alias-Name, der 31 Jahre alt war, als er dann in Mexico City 1844 ankam. Sein Charakter ist irgendwie schattenhaft oder nicht greifbar, wie auch immer. Man hat ihn als intelligent und geradlinig beschrieben und er hatte also eine sehr gute Erscheinung und so weiter und so weiter und so fort. Und hier geht es also los. Uniquely, he was accused of being a protestant's Britain-Jesuit-Papal-Agent. Also er wurde dann beschuldigt, ein britischer Protestant und ein jesuitischer päpstlicher Agent zu sein. Er hat Rom beeindruckt, den Erzbischof von Mexiko, den Admiral, Veteran von Trafalgar, Navy-Offiziere und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Interessant, ne? Das Projekt McNamara, wer das lesen will oder wie auch immer von einem John Fox mit einem X. Ja, wie gesagt, hier steht er so ganz offiziell drin, in which the authority of Rome's missionary watchdog. Ja, ja, also America had to submit again to Spain he also made up for 200 years in which the authority of Rome's missionary watchdog. Ja, das Büro für die Verbreitung des Glaubens, Propaganda 4D und die päpstliche Versammlung von Bischöfen und so weiter wurden gebannt im kolonialen Amerika. Also das ist ein sehr, sehr interessantes Buch irgendwo. Ein sehr, sehr interessantes Buch. Es geht sich jetzt natürlich hauptsächlich um diese irische Geschichte, aber ich denke gerade die im Zusammenhang mit John F. Kennedy ist unglaublich wichtig zu verstehen, warum der John F. Kennedy überhaupt den Posten bekommen hat. Ich meine, wenn wir jetzt schon wissen, dass der in irgendeiner Art und Weise jetzt der zweite von drei komischerweise amerikanischen oder irischen Kandidaten für das amerikanische höchste Amt des Präsidenten des Vereinigten Staates bekommen hat, ist ja schon augenfällig, dass alle drei Katholiken irischen Ursprungs sind. Muss ich mal vorstellen. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was da ist? Das geht ins Unendliche, wenn man sich da rein geht. Aber man sieht, das sind Punkte, die in der normalen Diskussion oder in der normalen Wikipedia-Seite überhaupt nicht aufplotten. Die kommen da überhaupt nicht vor. Die dürfen da gar nicht vorkommen. Wäre ja schlimm, da hätten wir ja lauter besorgte Bürger überall. Aber ist es nicht genau das, was jetzt hier doppelt kopiert ist? Ist es nicht genau das, was interessant ist? das Büro für die Verbreitung des Glaubens, die Office for Propaganda Fide? Da habe ich mir gedacht, Moment mal, das sollte man mal benutzen, glaube ich, weil wir haben ja bis jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was letzten Endes da das Kontrollorgan ist, was dann für die Auslandsmissionen in irgendeiner Art und Weise jetzt da zuständig ist. Da steht nämlich hier drauf, guck mal, genau die Geschichte, der Papst reguliert die katholischen Missionen durch das Büro für die Verbreitung des Glaubens, Propaganda Fide und die Assoziation und so weiter, APF und so weiter mit Zweigen in Dublin, das ist Irland und durch Europa und so weiter und so fort und durch Neuigkeiten und Kontakte, also irgendwie klingt das so anders so ein bisschen so wie Botschafter, die australischen, die österreichischen Habsburgers, die selbsternannten heiligrömischen Kaiser und Emperors und so weiter und so weiter und so weiter also das geht ins Unendliche hier nur mit dem Eugene McNamara, der eben da die Mission hatte, den Auftrag hatte eben genau die Geschichte da in der Westküste von den Vereinigten Staaten da zu kolonisieren und da ist ihm dann der amerikanische Präsident zumindest in der offiziellen Geschichtsschreibung zuvor gekommen. Drücken wir es mal andersrum aus, damals war der protestantische Glaube noch der vorherrschende in Amerika und deswegen konnten die nicht fußbasen denn es war meiner Meinung nach keine britische Invasion sondern eine pipsliche. Wir reden hier über einen Jesuiten der interessiert doch gar nicht aus welchem Land der kommt der hat einen Auftrag und der hat eine Allegiance, der hat eine Allianz, der hat einen Auftrag und ein Gelübde an den General der Jesuiten also es ist doch hier eine römisch-katholische jesuitische Invasion und nicht eine britische. Ja, hier steht auch die katholische Emanzipation in 1829 und so weiter und so fort ein sehr, sehr interessantes Buch ja nur das ist jetzt hier keine Lesung über der Einwandererschaft von den Iren in den Vereinigten Staaten sondern das ist letzten Endes um begreifbar zu machen warum überhaupt der John F. Kennedy überhaupt erst mal Präsident werden durfte meiner Meinung nach weil der im Gepäck die richtige Agenda hatte nämlich Papa war voll auf Linie Papa kannte ja auch den Erzbischof von New York den Herrn Spellman und so weiter die hatten ja schon Geschäfte miteinander gemacht und die waren beide im selben Glauben und ich wüsste nicht warum jetzt der John F. Kennedy wenn er im Alter von 29 schon für den Senat kandidiert warum der jetzt an seinem Glauben zweifeln sollte mit 29 hast du andere Sorgen wenn du aus einem solchen Haus kommst und fünf Jahre im Krieg gewesen bist oder einige Jahre im Krieg gewesen bist und dein Bruder gestorben gefallen ist da hast du erstmal mit den weltlichen Sachen zu kämpfen glaube ich zumindest wäre jetzt so mein Standpunkt so und hier steht genau in den Fußzeilen dieses Buches steht genau die Geschichte drin Propaganda Fide Archive Rom SRC Amerika und so weiter hier stehen die ganzen Quellen benutzt steht auch dann Geld was Bischofen bekommen haben und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter das steht hier genau drin Kardinal Franzose der Präfekt der Mission Direktorate Propaganda Fide hat dann schon gesagt dass der Clancy aufgeben soll und die päpstliche Jardin Marie und so weiter zu ihm in Rom und das kirchliche Rom und so weiter und so weiter die Intelligenz Hub of the Clerical World und da hat man mir bang gemacht guck mal hier das kirchliche Rom das ekklesiastische Rom hatte seine nationalen Subkulturen unter Intelligenzzweig sozusagen der Päpstlich also der klerikalen Welt also der kirchlichen Welt der Intelligenz Hub Intelligenz Intelligenz heißt jetzt nicht Klugheit oder Schlauheit sondern Geheimdienst also heißt das nichts anderes als die Office for the Propagation of the Faint Propaganda Fide ist der Geheimdienst des Vatikans der alle Auslandsorganisationen kontrolliert in diesem Buch McNamara Irish Colony und United States Taking of California 1846 da findet man dann weiteres da findet man hier beispielsweise dass der Kontrakt also der Vertrag McNamara und so weiter war einzigartig in Kalifornien und so weiter und dieser Herr McNamara war dann also schon fast 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 erfolgreich aber auch nur fast erfolgreich und da hat man ihm dann sozusagen in die Suppe gespuckt da hat man ihm richtig in die Suppe gespuckt ich mache das jetzt hier nur so damit man das vielleicht abfotografieren kann und sich in Ruhe durchlesen kann ich kann das ja nicht alles übersetzen aber es ist eine sehr interessante Quelle und die Quelle sagt dann auch vielleicht gefällt auch dieses Buch New York zu sein und Irish zu sein Moment mal eben New York hatte doch mit Irish auch irgendwas zu tun da war doch dieser Alfred E. Smith richtig und genau in dieser Stadt ist was na dieses Ers Miss Dinner genau interessant in diesem Zusammenhang wir hatten es ja über die Macs die Big Macs und die kleinen Macs und die was weiß ich der Herr Robert McNamara beispielsweise der heißt auch hat auch noch einen sehr sehr strange Namen der heißt also tatsächlich anscheinend so Robert Strange McNamara der war damals ein amerikanischer Manager und Politiker ist dann erst Manager gewesen von Ford und ist dann unter John F. Kennedy Verteidigungsminister geworden in der Zeit unter anderem auch geblieben bei Lyndon B. Johnson also bei dem neuen König und er war ach guck mal hier der Präsident der Weltbank von 68 bis 81 also wenn der nicht auf Linie war der war meiner Meinung nach mehr auf Linie als JFK der war ein verfechter weltweiter Abrüstung ließ sich alles ganz toll aber im Endeffekt gucken wir uns dahinter finden wir das der wurde im zweiten Studienjahr in die Vereinigung Phi Beta Kappa abgenommen und schon wieder sind wir bei na aber Björn mag es Griechisch Björn war auch in einer Phi Beta oder Sigma Beta Kappa auf jeden Fall in einer Greek Letter Society also einer griechischen Buchstaben Sozietät würde man übersetzen und das sind Freimorrororden hier steht ja drin im Code for Babylon Buch was wir ja auch in Englisch gelesen haben im Original Phi Beta Kappa wie die Freimorrororden war esoterisch und so weiter mit einem Handgruß und so weiter einem Treue Eid ein Ritual und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter das sind alles Initiierungsorden der Freimorerei Phi Beta Kappa also wissen wir genau derjenige der eigentlich für die Verteidigung des Vereinigten Staaten da zuständig war offiziell für ein paar Jahre lang ja der hat Luzifer gedient also Satan also Luziferianer sind das das war die tatsächlich in Luzifer Glauben wie Freimorrer aber der war Freimorrer so viel mal eben dazu natürlich kann man immer sagen der war das nur ein Student ja aber der Herr Björn von Uweus der von ABBA der ist das auch ein Student gewesen also es gibt eine ganze Menge Menschen die haben angebliche offizielle Posten aber was die inoffiziell alles so treiben das weiß die Öffentlichkeit dann gar nicht so und nochmal eben zu Irland und den Jesuiten und jetzt kommt nur noch 10 Minuten ändert sich irgendjemand irgend so ein Schiff gab es doch da mal ja er weiß das er weiß das das ist gut ja das ist genau diese Geschichte hier eine glückliche Flucht von der Titanic das ist ja das was viele Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben da gab es einen ganz bekannten irischen Priester und es gab einen ganz bekannten irischen Ort und es gab ein ganz bekanntes Schiff und das ist untergegangen am 15. April 1912 auch auf der Reise nach New York guck mal Alfred Smith hm also Alfred Smith war nicht von der Stadt New York sondern also der Gouverneur und so weiter aber wir erinnern uns ans Empire State Building das steht genau da das stand da noch nicht 1912 das weiß ich auch aber was ich weiß ist dass die letzte Reise der Titanic eben nicht von Großbritannien aus erfolgte sondern über die Zwischenstation in Cobb also jetzt heutzutage Queenstown genannt und die ist dann halt untergegangen weil sie untergehen sollte und darüber haben der Jörg und der Maximilian und ich eine sehr sehr lustige Sendung zu einem sehr unlustigen Thema gemacht und da geht es sich aber genau um einen Priester um einen Vater Braun und dieser Vater Braun der hat also eine glückliche Flucht gehabt weil sein Vorgesetzter ihm gesagt hat du gehst jetzt sofort runter vom Schiff auch wenn du da eine Reisegeschenk kriegst hau ab diese Folge hier das ist die letzte Folge von sechs Folgen über die Titanic und ich habe witzigerweise heute mal reingeguckt und da gibt es sogar auch einen Kommentar wo ist denn die Folge sieben ja vielleicht ist das jetzt die Folge sieben vielleicht schließt ja die Kennedy-Reihe so ein bisschen an diese ganzen Aktionen überhaupt erstmal an ja den Kommentar habe ich letztens auch gelesen ja also hier bitte ist dein Teil sieben ja genau das geht ja jetzt noch nonstop weiter jetzt hier für mich ist einfach wichtig dass man sieht es gibt da keine Zufälle und wir haben schon wieder hier mit Jesuiten zu tun und wir haben auch wieder mit Irland zu tun also die Jesuiten scheinen eine ganz ganz dominante Rolle in Irland zu spielen auch Irland ist ja so und so sehr sehr katholisch aber wichtig für mich war jetzt dass man wirklich sieht guck mal hier die anderen Sendungen die wir machen sei es jetzt die satanische Musik oder Medienagenda wo es sich an auch auch im Abba ging ging jetzt in Folge jetzt hier der Freimorerei oder Money 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 oder halt um die satanische Medienagenda mit Christopher Lee dessen Onkel dann auch italienischer Botschafter in London gewesen ist diese ganzen Folgen waren nicht umsonst gewesen ja das überschneidet sich jetzt alles hier und das finde ich das Schöne daran dass man wirklich sehen kann das war nicht umsonst wir haben nicht einfach nur irgendeine Popgruppe genommen sondern die ganzen Sachen sind klar in dem Moment wo Menschen wirklich reich und mächtig und wohlhabend und einflussreich sind in dem Moment sind die alle irgendwo in dem selben Boot und jetzt guck mal hier was im originalen Titanic Skript drin steht der eucharistische Kongress in Dublin die Prozession vom Dach von Kennedy und Mac Sherry's Westmoreland Street ja da gibt es einige Kennedys in Dublin und da gibt es auch so komische Stählen in Dublin und Statuen gibt es da aber auch schon wieder ein Kennedy hier in Irland interessant ja und dieser Vater Braun beispielsweise wurde auch jetzt irgendwie jetzt hier so verhonepepelt erstens von einem Schriftsteller der Herr Chesterton und zweitens von dem Heinz Rühmann und der Heinz Rühmann der kann es einfach nicht lassen einen Priester zu spielen mit dem Saturnhut das ist übrigens die die breite Krempe hier könnte man als Saturnhut auch nehmen dann haben wir jetzt wieder diese Obelisken hier die jetzt aussehen wie Kirchtürme und da Kirchtürme von denen die meisten Menschen nicht wissen dass sie Obelisken sind und der Herr Braun ist nicht nur das schwarze Schaf sondern letzten Endes auch hier ein überlebensgroßes Idol und in dieser Buchserie nein in dieser Fernsehserie beziehungsweise in diesen zwei Filmen die er jetzt gedreht hat da liest er auch Mordromane und das ist noch nicht so schlimm interessant an der Geschichte ich muss jetzt hier mal wirklich durchspringen damit wir hier mal ein bisschen was schaffen interessant ist letzten Endes dass der hier genau von einer Jesuiten Kanzel eben predigt das findet ihr alles in der letzten Folge von der Folge über die Titanic die Geheimterroristen und so weiter das findet ihr alles auf den Kanälen von Jörg und mir aber das müsst ihr euch dann bitte da angucken Noch eine Quelle ist Lawrence Francis Rooney der dritte ein amerikanischer Diplomat und Politiker der den Bundesstaat Florida im amerikanischen Repräsentantenhaus dann da vertritt der studierte nirgends woanders als an der Jesuiten Universität Georgetown University unter anderem Jura und er war von 2005 bis 2008 ein Nachfolger von Jim Nicholson als Botschafter der Vereinigten Staaten beim Heiligen Stuhl schon wieder haben wir einen Geheimnisträger der ein bisschen Geheimniskrämerei gemacht hat aber auch einiges sehr Interessante verraten hat das ist hier der Herr der Herr Rooney Francis Rooney zusammen mit Benedikt und der hat ein Buch geschrieben das heißt der globale Vatikan also wenn es jetzt irgendwie um Globalisierung geht dann würde ich mal sagen ist der Vatikan so derjenige der da am meisten Gewicht hat warum weil es keine andere Organisation meines Wissens gibt das so komplett global verteilt auf der ganzen Welt ist und dabei wäre es mir jetzt egal wie die Erde ausschaut das ist mir sowieso relativ egal aber es geht sich ja darum dass es wirklich erdallumfassend ist sozusagen wenn man so will dieser katholische Glaube und dieser Staat Vatikan hat eben dann Botschafter und auch Verträge mit der meist mit der großen Mehrzahl aller Staaten in der Welt und das ist auch ein Unikat das hat sonst keiner und in diesem das sind die Konkordate wenn ich da mal kurz drauf eingehen darf die ja in der letzten aktuellen Lesung die ich erst zur Hälfte fertig habe die andere Hälfte muss noch kommen Roms Ziele in Theorie und Praxis da haben wir ja jetzt über die Theorie die ersten 16 Seiten gelesen oder 8 Seiten oder was auf jeden Fall die Hälfte des Buches und da kommt jetzt die zweite Hälfte in der Praxis wie eben diese Konkordate in die Praxis umgesetzt werden hauptsächlich beschrieben aus dem 19. Jahrhundert weil das Buch ist ja vom Anfang des 20. Jahrhunderts sollte man beibleiben weil diese Konkordate diese Staatsverträge regeln ja die Beziehung die ein Staat zur römisch-katholischen Kirche oder zum Vatikan eben hat und deswegen hat der Vatikan auch die ganzen Vertreter dieser Länder bei sich wo der Francis Rooney eben zwischen 2005 und 2008 der amerikanische von war so das eben dazu genau und in diesem Buch auf Seite 27 da hat eben dann auch geschrieben das ist da The Last Pope ein Portfolio des Archives von Propaganda viele Sektionen des Vatikans das wird also da auch benannt also das ist wirklich überall nur Propaganda damit man das endlich mal versteht weil das wird nirgendwo erklärt Propaganda kommt aus dem Jahre 17, 18 umgangssprachlich hier und heißt ein Komitee von Kardinälen die eben beauftragt sind mit ausländischen Missionen der katholischen Kirche in kurz Kongregatio de Propaganda Fide ein Komitee von Kardinälen das heißt Propaganda hat einen absolut religiösen Hintergrund nicht nur aber auch weil es aus dem Lateinischen kommt also was heißt Propaganda wenn man es ins richtige Deutsch übersetzt ins richtig verständliche Deutsch Missionierung zum Katholizismus ja und das kommt auf Lateinisch Propagare das heißt eigentlich nur in Gang setzen und verbreiten und ja eben dann vermehren Propagation aber jetzt ich gehe jetzt ich gehe jetzt auf diesen Satz da oben ein Committee of Cardinals in Charge of Foreign Missions ja das wird ja noch besser jetzt das wird ja jetzt noch besser ich habe ja jetzt die zweite Erklärung direkt unten runter naja deswegen habe ich das eben mal kurz als deutsche übersetzt das heißt im Grunde nichts anderes als die katholische Missionierung der Ausländer Foreign das heißt also der Länder die eben nicht Vatikan sind was alles andere der Rest der Welt ist genau ja das ist eben das ist eben genau das und Propaganda erinnert euch auch noch an das Buch von Edward Benes gell ja ja so und hier haben wir nämlich genau die Geschichte das ist genau dieses Gebäude Propaganda Fide ja ihr habt ja das Collegium Urbanum die Propaganda Fide und ich würde mich darauf versteifen dass das hier kein Fahnenmast ist sondern ein Speer und den kenne ich aus der Bibel aber dafür müsstet ihr die Bibel lesen um zu verstehen was ich jetzt meine und der Edward Benes der übrigens verwandt ist mit Sigmund Freud der hat in seinem Buch Propaganda 1928 also die Verbreitung des katholischen Glaubens hat er gesagt es gibt eine unsichtbare Regierung die die wahre herrschende Macht unseres Landes ist und jetzt kombiniert einfach mal die ganzen Sachen zusammen und wenn ich jetzt weiß dass Edward Benes in den Vatikan geschickt worden ist durch den Kardinal Spellman der ja die Geschäfte gemacht hat mit dem Papa von John F. Kennedy um eben zu lernen zu praktizieren wie die Jesuiten eben das erfunden und produziert haben die Propaganda die Verbreitung des Glaubens und hatte ein privates Gespräch mit dem Papst quasi des Dritten Reiches Eugenio Pacelli ja dann glaube ich wird es irgendwann mal Klick machen dass wir propagandamäßig über die ganzen amerikanischen Wahlkämpfe von links und rechts von Republikanern und Demokraten maximal verarscht werden anders kann ich dazu nicht sagen 1957 hat er die Vatikan Tore da geöffnet und die haben sich dann für ihn geöffnet die Jesuiten dann getroffen und das ist dasselbe Jahr wo eben die päpstliche Bulle Miranda Prosus dann rausgekommen ist das ist die ein entzyklischer Brief seiner Heiligkeit Pius XII also dann eben Eugenio Pacelli ja Miranda Prosus das Original vom Vatikan originale Vatikanquelle mit den speziellen Problemen des Fernsehens ich habe auch Probleme mit Fernsehen speziell über den Fall John F. Kennedy wenn wir späteren Folgen auf das Attentat und auf die Begleitumstände kommen habe ich ganz große Probleme mit dem Fernsehen und noch mehr Probleme mit der Berichterstattung und im originalen Brief zumindest original ist der Latein aber im englischen übersetzten Brief heißt es dann eben die spezielle Macht die eben die Television das der Fernseher dann eben verbreitet ja der eben dann Pleasure also dann Vergnügsamheiten bietet innerhalb des Familienkreises muss mit gerechnet werden mit sehr großer Wichtigkeit ja also die katholische Kirche andererseits gesagt der Vatikan als solcher der bemisst dem Fernseher eine sehr große Wertigkeit Wichtigkeit zu und das ist genau das wie wo heutzutage die ganzen Nachrichten verbreitet werden in den ganzen sogenannten Medien Übrigens der Text hier der kommt doch aus dem Miranda Prauses Dokument selber das gibt es auch in Deutsch da musst du nicht daran abbrechen wenn du das übersetzt das kann jeder sich raussuchen die Vatikanseite da gibt es diese Papiere auch in Deutsch und da kann man die wunderbar verständlich lesen ich habe das ja mit Intermerifica auch gemacht so und dasselbe geht jetzt hier wir hatten ja jetzt ja hier muss man eben gucken was weiß jetzt nochmal eben vielleicht darüber kopieren das ist jetzt hier ein bisschen einfacher was Propaganda heißt ja kopiere ich das nochmal rüber dann könnt ihr euch das direkt vergleichen ich will es hier wirklich ganz einfach machen ich wollte das eigentlich als Abschluss meiner Serie Television nehmen aber manchmal überschneidet sich das eben ja so jetzt vergleicht das mal eben hier bitte also Propaganda heißt eben ein Komitee von Kardinälen die eben beauftragt sind mit Auslandsmissionen der katholischen Kirche ja was sind denn Auslandsmissionen ja Mission kommt aus dem Jahre 1590 und heißt letzten Endes jemanden wegschicken als ein Agent ja von Jesuiten benutzt aus den lateinischen Missionen ja einen wegschicken und so weiter aussenden jetzt kannst du dir mal vorstellen weißt du dass es dann hier doppelt gemoppelt ist ein Komitee von Kardinälen die im Auftrag sind um ausländische Agenten Missionen der Jesuiten für die katholische Kirche durchzuführen das ist Propaganda und das ist auch wahrscheinlich der Grund warum Edward Bernays spätestens nach dem zweiten Weltkrieg mit der Benutzung seiner Bücher durch den Jesuiten geschülten Propagandeminister Josef Goebbels gesagt hat nee der Begriff Propaganda der wird mir zu heiß den benutze ich jetzt anders den nenne ich jetzt einfach Public Relations Öffentlichkeitsarbeit und was das jetzt für die Firmen bedeutet die heutzutage angebliche Öffentlichkeitsarbeit machen und wie die Öffentlichkeitsarbeit in den modernen Medien sprich Smartphone Tablet Laptop und so weiter Messenger Diensten und Internet und alles dann funktioniert und Regierungen nicht zu vergessen Öffentlichkeitsarbeit in sogenannten Regierungen Ja genau Das überlasse ich dann eurer Fantasie Ihr seht jetzt glaube ich warum ich mir das Beispiel John F. Kennedy ausgesucht hat Jetzt kommt hier so viel zusammen das ist wahrscheinlich für jemanden der jetzt unbedarft an die Sache rangegangen ist gesagt ich wollte einfach nur wissen ob es da noch ein paar Sachen gibt von Kennedy die ich noch nicht wusste wahrscheinlich ganz woanders gelandet ist Es ist ungefähr so als wenn man bei YouTube irgendwas eintippt und dann kommt man nachher immer auf Katzenvideos aus Bei uns ist das so wenn ich mir eine Recherche vornehme ich komme immer bei den Jesuiten und beim Papst aus Und einen setze ich noch drauf Das ist ja nur nichts Besonderes Ja Einen setze ich noch drauf Wenn wir jetzt schon bei der Mission sind und wir wissen das ist eben dann eine Wir können das ja hier in in eckigen Wir können das ja hier in runden Klammern schreiben Ja Also ein Komitee von Kardinälen die eben Beauftragte dafür sind Auslandsmissionen oder Auslandseinsätze von jesuitischen Agenten Ja Agents Hören wir mal so Ja Agents mit T schon spät Ja für die katholische Kirche wegzuschicken Ja So sieht das jetzt tatsächlich aus wenn man das jetzt mal zusammensetzt Es ist schon spät heute Abend Jetzt sind wir alle zufrieden glaube ich oder So Und jetzt setzen wir noch einen drauf zum Abschluss damit ihr dann wirklich aus allen Wolken fällt wenn ihr da schon irgendwo gleich auch schon so im Traumland seid damit ihr wirklich seht wie man wirklich durch Propaganda beeinflusst wird diese Missionsgeschichte ist ja jetzt nicht nur auf irgendwelche äh altertümlichen Dinge wie man vielleicht denkt früher so Pizarro und wie die ganzen Entdecker und alle heißen die dann so zwangsmissioniert haben Christopher Columbus aus seiner heiligen Maria Schiff und so weiter Nein das gibt es ja auch modern modern heißt das übrigens Mission Control also das ist das Team die das eben die Mission überwacht Mission haben wir nochmal gesagt kommt von Jesuiten und ist letzten Endes ein Komitee von Kardinälen die eben für ausländische Missionen oder halt für alle Missionen außerhalb des Vatikans Mission Control kommt aus den Jahren 1964 sieht so aus Ja ich weiß was ihr jetzt denkt was ist das das sind Rakete die angeblich auf die Sonne oder auf den Mond man weiß nicht so ganz genau dieses Symbol hier mit diesen da kommen wir doch sehr bekannt vor hier dann haben wir Pentagramme dann haben wir hier so Zwilling und Merkur und alles zusammen ein römischer Gott haben wir hier dabei wir haben ja alles mögliche zusammen hier dann haben wir hier eine dann haben wir hier eine Wolke und wir haben so ein Symbol das Symbol ist Sigma Sigma ist übrigens der 18. Buchstabe im griechischen Alphabet 18 ist 3 mal 6 und wenn ihr immer noch glaubt die sagen euch die Wahrheit dann sage ich einfach nee das sagen sie nicht das sind Missionen das sind Agenten das sind Auslandsagenten Ausland ist für den Vatikan alles was außerhalb der Stadt Rom beziehungsweise der Stadt auf den sieben Hügeln ist das ist alles Ausland also für die ist auch Deutschland Ausland alles was nicht Vatikan ist ist logischerweise Ausland und die Jesuiten die haben dann die Kontrolle über die Mission sieht man ja auch hier oder das ist die NASA Administration vom Lyndon B. Johnson Space Center von dem Nachfolgepräsidenten von John F. Kennedy der maximal durch den Anschlag profitiert hat im politischen der nämlich sofort innerhalb von etwas mehr als zwei Stunden sofort vereidigt wurde ohne gewählt worden zu sein einfach so aufgrund des Attentates so und wer jetzt meint das ist jetzt hier eine Zunge von einer Schlange und Nascha hat da auch was mit zu tun der hat vollkommen recht aber das kannst du einem normalen Menschen da draußen nicht erzählen der glaubt dir das nicht der weiß ja noch nicht mal was Mission heißt und das hier ist die historische Kontrolle der Mission in den Vereinigten Staaten deswegen hängt hier eine Flagge und wir haben einen großen Fernseher der ja weiß man ja der durch Miranda Proses im Jahre 1957 schon sehr sehr wichtig wurde und hier haben wir den in Groß und das sieht ja alles unglaublich wichtig aus und das ist die historische Missionskontrolle und wer jetzt noch glaubt dass die 1969 Mondgesteine gesammelt haben der sollte jetzt besser zu Bett gehen denn dann war die Sendung für die Katz und dann guckt ihr euch besser Katzenvideos an ansonsten wenn euch die Sendung gefallen hat würde ich euch darum bitten eventuell mal in irgendeiner Art und Weise jetzt vielleicht die Bibel zu lesen und dann zu begreifen dass hinter allen diesen Politikern egal wie die sind eine ganze Menge Geld steht Money, Money, Money haben wir ja bei Kennedy kennengelernt und vor allen Dingen auch ein religiöser Hintergrund denn ohne seinen katholischen Hintergrund wäre der Herr Kennedy nicht so bekannt berühmt und wohlhabend geworden und hätte es sich nicht leisten können zusammen Geschäfte zu machen mit dem Herrn Spellman und hätte es sich nicht leisten können seine Söhne alle wirklich ausnahmslos alle seine drei verbliebenen Söhne in die Politik zu schicken alle drei politische Schwergewichte erfolgreich gewesen und zwei davon sind umgekommen das ist eine außergewöhnliche Quote und was da noch alles hinter steckt das würde ich sagen klären wir in der nächsten Sendung viel Spaß dabei und lest eure Bibel bitte und ich gebe nochmal ab zum Jörg denn ich hoffe das war jetzt wirklich eine maximal vollgepackte Sendung vielen Dank dafür und bis bald also wie du gerade aber wenn man das aber wenn man das dann selbst nicht kann dann sollte man zumindest demjenigen der so viel Leidenschaft und Zeit und Mühe in diese Arbeit steckt um diese Dinge vorzubereiten dann sollte man dem zumindest zuhören und sollte daraus seine Lehren ziehen und sagen wenn ich es schon nicht selbst kann dann nehme ich es von ihm an und ich nehme es zumindest von ihm ich spreche jetzt von Michael an wenn ich es an der Bibel messen kann und wir hatten heute nur ein Bibelspruch in diesem ganzen langen Vortrag damit bei da kam aus dem ersten Timotheus oder weiß ich jetzt nicht mehr genau auf jeden Fall war es Timotheus und der hieß die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels ja the love of money is the root of all evil wie es so schön im Englischen heißt ne 1. Timotheus 6,20 danke das heißt wir haben nur einen Bibeltext im Grunde gebraucht aber trotzdem behaupte ich dass alles was Michael hier recherchiert hat im Licht der Bibel die Wahrheit ist weil die Bibel aufdeckt wie hier in dieser Welt durch die aufgezählten Menschen sei es Edward Bernays Joseph Goebbels Joseph Kennedy Edward Spellman und so weiter und so weiter wie durch diese Menschen gelogen und betrogen wird um eine Agenda zu verkaufen ich sag jetzt mit Absicht nicht zu propagieren das Wort haben wir ja lang und breit besprochen um eine Agenda zu verkaufen die euch von der wahren Agenda die diese Welt eigentlich hat wegleitet was ist denn die wahre Agenda dieser Welt das ist dass das Wort Gottes euch sagt dass ihr verlorene Sünder seid und dass ihr euch bekehren müsst um das ewige Leben zu bekommen und dass alles in diesem Leben nur darum geht zu Jesus zu finden und das ewige Leben gewinnen zu können hier in dieser Erde auf dieser Erde wird uns aufgezeigt wie fies wie schlecht das Leben ist dass wir uns darauf freuen können wie wundervoll das reine pure glückliche Leben mit Jesus Christus und unserem Vater im Himmel ist darauf bereiten wir uns in dieser Welt vor oder sollten wir uns vorbereiten nur wir können uns darauf nicht vorbereiten wenn wir den Feind nicht kennen und Michael macht sich eine unglaubliche Arbeit um euch hier den Feind auf seine Weise zu erklären ob das die verborgenen Terroristen die paar Videos über die Titanic sind ob das die 226 Folgen der satanischen Medienagenda sind ob das seine ganzen Folgen sind über Wissenschaft ist neue Religion oder das Fernsehen oder die anderen Dinge die er mit mir gemacht hat das sind immer nur Stücke um euch aufzuzeigen wie schlecht diese Welt ist aber auch zu sagen warum sie so schlecht ist weil wenn ich an die Wurzel gehe des Warum dann kann ich da etwas gegen tun wenn ich nämlich weiß warum die Welt schlecht ist dann kann ich auch wissen warum die Welt gut sein könnte und gehe zu dem der die Welt eigentlich gut gemacht hat komme zum Herrn und da geht es uns doch darum mit dieser ganzen mit diesen ganzen Serien mit diesen ganzen Videos alles zu machen wir wollen euch im Grunde zu Jesus bringen nur Michael und ich wissen dass wir das nicht können weil Gott zieht die Menschen zu Jesus ja der Vater zieht die Menschen zu Jesus Jesus Christus ist der Beginner und der Beender unseres Glaubens nicht Jörg und nicht Michael aber wir probieren unsere Dinge beizutragen um euch in dieser Welt aufzuzeigen was hier alles verkehrt läuft und warum es verkehrt läuft und zeigen euch dann die Alternative und die Alternative ist lest eure Bibel Maranatha woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their works are in the dark and they say who seeth us and who knoweth us so many think God does not see their sin woe to those who think they can hide from him God is grieving he knows and he's seen Isaiah 29 verse 15 woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their works are in the dark and they say who seeth us and who knows and who knows us the eyes of the Lord are everywhere beholding the evil and God walk in the light don't try to hide from the Lord woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their works are in the dark and they say who seeth us and who knows and who knows with us to hide to hide and who knows who knows and who knows and who knows and who knows Vielen Dank.